Hallo meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich meine Karte online stelle. Es ist mittlerweile passiert, aber im Moment nur im Transport Fever Forum, nicht im Workshop. Ja, meine Freunde, also, ihr bindet die Mod wie folgt. Ihr geht auf das Transport Fever Forum und hier unten rechts seht ihr zum Beispiel schon neueste Webdisk-Einträge. Da könnt ihr auf Minden klicken. Das funktioniert jetzt am Anfang, wenn natürlich mehrere Mods kommen, verschwindet sie hier. Der andere Weg ist, ihr klickt auf Downloads. Wem muss ich das eigentlich erzählen? Hier findet man nochmal neueste Dateien, aber ansonsten findet ihr das hier am Transport Fever. Karten und Spielstände geht ihr auf Karten und dann seht ihr auch schon gleich Minden. Ja, könnt ihr einmal draufklicken. Ich habe euch ja einmal das erste Video verlinkt, damit man weiß, um welches Projekt es sich handelt. Könnt ihr ganz easy runterladen. Es handelt sich allerdings hier um die Blanko-Version. Ohne Gleise. Komplett Blanko. Weil ich bei dem Gleisbau schon zu viele Mods verbraucht habe und diesen Spielstand nicht mehr hochladen kann. Außer ich tippe 398 Mods mit rein, die ihr für diesen Spielstand benötigt. So, ja, das ist eigentlich schon alles. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Gebt mir ein paar Anregungen, ein paar Tipps, weil das ist jetzt auch meine erste Mod gewesen, die ich jemals hochgeladen habe. Beziehungsweise Mod-Karte ist es ja eigentlich nur. Und für Änderungsvorschläge etc. Vielleicht werde ich das mit den Ständen noch ein bisschen ändern und werde eine neue Version rausbringen. Das gucken wir mal. Im Moment erstmal noch nicht. Ich warte erstmal so ein bisschen auf euer Feedback. Und ja, damit wisst ihr jetzt auch Bescheid. Wie gesagt, Transport-Vervorum. Link zur Mod ist unten in der Videobeschreibung. Bis dahin. Schau rein. Tschüssi.